Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Dynamo Dresden, dritte Liga 2022-2023, dritte Spieltag. Dynamo Dresden gegen SV Ferrell, Ergebnis 2 zu 0. Dynamo Dresden, Stadt 11, Drillinga, Mitrichinko, Kamerachtricht, Knipping, Mayerwil, Konradha, Arcelan, Widerisch, Brokowiczki, Kuschke, Stadt 11, von SC Ferrell. Tito Tite, Tite, Archiviski, Weik, Stüger, Stilwagen, Spina, Kochbrot, César, Robert, Wolfgang, Akkono, das war's von Dynamo Dresden gegen SC Ferrell. Uhrzeit 18.22 Uhr Uhrzeit 22. Achtunga 22. Achtunga 22.